Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Das ist immer eine der bekannte Bauern des Heizfahlers, hat gelernt, ruhig sitzen zu bleiben, noch mal zur Erinnerung, er ist ganz zehn Jahre alt, ruhig sitzen zu bleiben und es ist so für Wohl, Erholung, dass ein anderer Omega-Druck geht. Das sind die Bekannte unserer Grundausbildung auch. Die Bestätigung zwischendurch muss dann einfach sein. In allen Teilen des Sportvereins, die hier vertreten sind, wird ausschließlich mit positiver Verbreitung gearbeitet, das heißt mit Leckerli, Lob oder Spielzeug. Diese Vorkommission wird sehr, sehr anstrengend, so wie jede Kopfarbeit schon sehr anstrengend ist, also genau das ist das, was die Hunde brauchen. Die brauchen nicht nur, dass sie in die Gasse gehen, sondern die brauchen die Betätigung, die grundlegende Kopfarbeit, sagen wir dazu. Das kann Trick sein, das kann Aufgaben sein, um hier etwas zu tun, etwas zu bringen oder wo geht es weiter, um Lockdown zu machen. Was uns da ganz deutlich damit auch zeigt, ist, dass man nicht nur mit dem Board-Police Sport machen kann, sondern eingefallen, dass sich jede Ruckerlasse dafür einhüpft. Wir haben unsere Vorführungen schon vertreten, wir haben eine sehr vielfältige Rasenmalltieren, Mischlinge, Leratina. Wir haben die Gäste zum Beispiel schon unmittelbar gesagt, wie man sich anschließt, dass man nicht nur mit dem Board-Police Sport machen kann, sondern auch die Gäste. Was ich, zu jeder, zu anderen, zu sehen, war, a shadow ist, wenn es unten auf die Rücken fallen, 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 fallen. Alles das, was auf dieser Richtung vielleicht so einfach aussieht, wird alles über verschiedene Handzeichen verarbeitet, die mit A aus dem Kurs, B, den Mund, den Mund, den Mund bei dem Kurs und drittens auch noch die Reihenfolge, die Handzeichen zusammen. Kurs. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.